Hallo zusammen, hier ist wieder Heutche da und heute bin ich wieder für euch hier in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Dungeon-Achievement und zwar um Butter bei die Fische. Und für dieses müssen wir 15 keuchende Flundern zurück ins Wasser werfen und danach wie ein Gott in der Belagung von Boralos auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen. Und zwar ist das hier der schicke End-Boss und es ist einfach so, ihr müsst den Boss ganz normal runterspielen und immer, wenn ihr quasi hier reinbreeft, dann liegen hier so Fische auf dem Boden. Und das kennen wir schon aus der World-Quest bzw. der Quest im Hochberg. Einfach diese Fische anklicken und in die Richtung, wie ihr guckt, werden die Fische quasi geschleudert. Also ihr seht das, hier liegen die Fische und die müssen wir einfach reinkicken. Und sobald wir 15 reingekickt haben, wird das Achievement auch weiß und ihr habt es quasi geschafft. Am einfachsten macht ihr es hier auf der ersten Plattform. Da sieht man die Fische hier am besten und kann die einfach reinkicken. Wir haben es jetzt auch so gespielt, dass wir die erste Plattform relativ slow gemacht haben, also quasi nicht den Kanonier rausgeholt haben. Erstmal einmal die ganzen Fische reingekickt haben. Ihr seht unten das Achievement. Zwischen meinem ganzen Interface ist es gerade weiß geworden. Und sobald das weiß wird, könnt ihr, ja ihr könnt auch nochmal 5 Fische extra reinschmeißen. Also ihr könnt das theoretisch hier unendlich lang machen. Und dann könnt ihr einfach den Kampf ganz normal runterspielen. Und sobald ihr dann den Endboss besiegt habt, ploppt dann euer Achievement auf. Und ja, das war es schon. Relativ einfache Geschichte. Ich glaube, ich muss meine Aussage von einem anderen Video revidieren. Das ist doch hier doch ein bisschen einfacher als das Achievement in Tolld'Agor. Hier muss man noch weniger leisten quasi. Ja, ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Teller. Bis zum nächsten Mal. Ciao.